Heute vor zehn Jahren wurde die japanische Küste nach einem Seebeben von einem Tsunami getroffen. Weltweit bekannt wurde die Katastrophe unter dem Namen Fukushima, weil es dort im Atomkraftwerk zur Kernschmelze kam. 40.000 Anwohner konnten bis heute nicht zurück in die Sperrzone. In Japan gedenkt man auch der fast 20.000 Menschen, die durch das Beben selbst und die Flutwelle ums Leben gekommen sind. Heute ist das Meer ruhig, aber niemand vergisst, was vor zehn Jahren geschah. Überall im Land erinnern die Menschen an die dreifache Katastrophe. Dort, wo der Tsunami auf Land traf und auch in der Hauptstadt Tokio. Auch das Kaiserpaar und der Premierminister gedenken der Opfer. Ich glaube, es ist von großer Bedeutung, dass wir alle unsere Herzen weiter vereinen und den Menschen in den betroffenen Gebieten noch viele Jahre zur Seite stehen. Denn die Wunden sind tief. Gewaltige Tsunamiwellen verwüsteten das Land nach einem der stärksten Seebeben der Geschichte. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zu drei Kernschmelzen. Zehn Jahre später ist die Katastrophe noch immer präsent. In Säcken lagert radioaktiv verstrahlte Erde. Noch immer sind Gebiete um das Atomkraftwerk unbewohnbar. Japan hat Städte neu aufgebaut. Kaum jemand kommt zurück. Meist nur die Alten. Auf dem Gelände der Kraftwerksruine sind Tausende mit dem Rückbau beschäftigt. Der Platz für radioaktiv belastetes Kühlwasser wird immer knapper. Noch ist nicht entschieden, was damit geschehen soll. Es kann noch Jahrzehnte dauern, die Folgen der Atomkatastrophe zu bewältigen. Wir bedauern den Unfall sehr, für den wir verantwortlich sind. Das Wichtigste für uns ist, die Situation im Kraftwerk zu stabilisieren. Das TEPCO, das wirklich bedauert, glauben diese Menschen nicht. Sie demonstrieren vor der Firmenzentrale in Tokio. Auch, weil Japan die Kernkraft wieder ausbaut. Ich denke, genau wie Deutschland könnten auch wir ohne Atomenergie leben. Dass wir so etwas Gefährliches nicht brauchen, fordern wir jeden Monat. 311, der 11. März 2011. Dieses Unglücksdatum werden die Japaner niemals vergessen. 10. März 2011. Vielen Dank.